Das ist das schnellste Money-Glitch zur Zeit! Äh, moin Leute, euer Wombard wieder am Bambus und heute zeige ich euch den besten und schnellsten Money-Glitch zur Zeit in GTA Online. Aber vor allem mit dem Video anfangen Leute, wünsche ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mir zu fast die krassesten Glitches in GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einfach die Basis inklusive Avenger, weil ihr in der Basis die Tuning-Möglichkeiten braucht. Außerdem braucht ihr in der Basis das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt ein Easy aus der Arena-Werkstatt in der Zukunfts-Shop-Variante, der bringt euch bei solchen Glitches einfach am meisten. Und das ist Fakt, Leute. Und außerdem, euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, muss ein persönliches Kennzeichen haben, denn sonst macht ihr direktige Kopien. Also drauf achten, Leute. Außerdem braucht ihr in der Basis auch Fahrzeuge, die für diesen Glitch verloren gehen können. Also zum Beispiel den kostenlosen Elegy hier. Und zu guter Letzt, klar, braucht ihr einen Freund, der euch bei diesem Glitch kurz unterstützt. Hat das Ganze sehr gut. Bevor wir mit dem Glitch jetzt endgültig anfangen, noch eine kleine Neben-Info. Im ersten Teil des Videos zeige ich euch die schnellste Methode, um ein Fahrzeug zu duplizieren. Und im zweiten Video, also so gesehen, das zweite Duplikat in diesem Video, ist dann die Methode, wo das Timing nicht mehr ganz so streng ist, wie bei der ersten Variante. Deswegen, falls ihr die leichtere haben wollt, die nicht ganz so schnell ist, bleibt das am Ende des Videos dran. Aber gut, ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in irgendeiner GTA-Online-Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundessitzung aufgenommen. Ihr beide trefft euch jetzt bei eurer Basis. So, seid ihr bei eurer Basis angekommen, geht jetzt, beziehungsweise fahrt jetzt in eure Basis rein. Seid ihr in eurer Basis angekommen, müsst ihr das Fahrzeug rausfahren, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Wie gesagt, mein Tipp, den kostenlosen Elegy nutzen. So, seid ihr mit der Elegy draußen angekommen, steigt jetzt euer Freund ins Fahrzeug ein. Wenn jetzt euer Freund im Fahrzeug sitzt, muss jetzt euer Freund die Franklin-Meldung machen. Das bedeutet, er hält jetzt die untere Falltaste gedrückt und wählt einen Story-Modus-Charakter aus. Und zwar so, dass er dann die Meldung bekommt in GTA, bist du sicher, dass du in den Story-Modus möchtest. Und in dieser Fehlermeldung muss jetzt euer Freund einfach bleiben. Denn wenn euer Freund in dieser Meldung drin ist, geht ihr jetzt wieder zu Fuß in eure Basis rein. Seid ihr jetzt in eurer Basis angekommen, geht es zum Fahrzeug, was ihr stuplizieren wollt. Aber Leute, an die Beifahrerseite, ganz wichtig. Denn jetzt kommt ein Timing-Part, der tatsächlich nicht so einfach ist. Denn ihr steigt jetzt ins Fahrzeug ein. Während jetzt euer Charakter einsteigt, müsst ihr jetzt die rechte Falltaste spammen, um ins Tuning-Menü zu kommen. Aber das Tuning-Menü von der Basis und nicht in die Avenger, ganz wichtig. Deswegen die rechte Falltaste. Sobald ihr jetzt das Tuning-Menü offen müsst, müsst ihr sofort irgendwas ändern. Im Mainfall endet jetzt hier einfach die Bremsen, kurz die Bremse weggetunt, wieder draufgetunt und sofort das Tuning-Menü wieder verlassen. Indem ihr Kreis drückt und auf Fahrzeug verlassen geht. Und wenn alles funktioniert hat und ihr schnell genug seid, Leute, müsst ihr jetzt auf dem Platz, wo vorher der LLG stand, euer Duplikat stehen. Und bumm, Leute, euer Fahrzeug ist dupliziert. Und das innerhalb von zwei Minuten. Es ist unglaublich krass. Aber gut, das war jetzt die erste Methode, die unglaublich schnell geht, aber auch hartes Timing hat. Jetzt zeige ich euch die Methode, wo ihr beim Timing-Part ca. eine Sekunde mehr Zeit habt, als bei der ersten Variante. Denn wir machen es mit dem Glitch einfach weiter. Das bedeutet, wir fahren jetzt wieder ein Fahrzeug raus, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Wie gesagt, ein LLG. Euer Freund ist ja noch in der Meldung. Eurem Freund geht es zu sagen, ey jo, du kannst die Meldung abbrechen. Denn es gibt ja natürlich euren LLG wieder zu eurem Freund. Aber, Leute, die Fahrerseite muss irgendwo eingeklemmt sein. In meinem Fall klemm ich das Fahrzeug jetzt hier einfach an der Brücke ein. Ihr könnt es aber auch irgendwie an der Mauer oder an einem Stein oder was auch immer in eurer Nähe von eurer Basis habt einklemmen. Denn euer Charakter, wenn ihr wieder aussteigt aus dem LLG, muss die Beifahrerseite wählen zum Aussteigen. Und euer Freund, wenn er später aus eurem Fahrzeug rausgeschmissen wird während des Glitches, dann braucht er nämlich eine Sekunde länger, weil er nicht die Fahrerseite aussteigen kann, sondern über die Beifahrerseite. Dadurch hat über den Timing eine Sekunde mehr Zeit. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Gut, ist jetzt euer Freund wieder in eurem Fahrzeug drinne, muss natürlich jetzt wieder die Franklin-Meldung machen. Das bedeutet, unsere Fahrzeuge gedrückt halten und ein Story-Mos-Charakter ausfällen und zwar so, dass er jetzt die Meldung hat, ey, bis du sich das zum GTA verlassen möchtest. So, wenn er diese Meldung hat, können wir wieder zu Fuß in die Basis reingehen. Sind wir an der Basis angekommen, gehen wir jetzt wieder zum Fahrzeug hin, was wir uns duplizieren wollen. So, jetzt müssen wir nicht mehr die Beifahrerseite nehmen, sondern können auch die Fahrerseite nehmen. Denn wir haben jetzt eine Sekunde mehr Zeit und das passt dann auch. Während wir natürlich wieder ins Fahrzeug einsteigen, die rechte Falltasse durchspammen. Und zwar so lange, bis wir in Chunin Minu angekommen sind. Sind wir in Chunin Minu angekommen, sofort irgendwas umändern. Im Einfall wieder hier die Bremsen. Wenn ihr irgendwas umgeändert habt, verlasst ihr wieder das Fahrzeug. Und wenn ihr wieder alles funktioniert hattet, Leute, müsst ihr jetzt wieder auf dem Platz, wo vorher der Elegy stand, jetzt wieder ein Duplikat stehen. Und zack, bam, Leute, das war unser zweites Duplikat. Es hat alles wunderbar funktioniert. Und Leute, ich lüge euch jetzt nicht an. In der Videoaufnahme hat alles wirklich First-Try funktioniert. Also der Glitch ist wirklich machbar. Aber Leute, die wichtigste Frage ist jetzt, wie viel Geld habe ich denn jetzt hier eigentlich gemacht mit diesem Glitch? Gut, in meinem Fall bringt es ein Fahrzeug von mir circa 1,5 Billionen GTA Dollars. Und mal davon abgesehen, dass es praktisch nur 2 Minuten braucht pro Duplikat, was unglaublich krass ist, Leute. Würde ich euch wirklich empfehlen, diesen Glitch auszuüben. Aber gut, das waren jetzt eigentlich alle Informationen rund um diesen Glitch. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt oder irgendwelche Probleme habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich helfe euch gerne weiter. Wenn euch dieses kleine Glitch-Video gefallen hat, würde ich mich übelst für einen fetten Daumen nach oben dalassen könntet. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.